Hallo zusammen und schön, dass ihr euch verklickt habt. In diesem Video schauen wir euch das Motorola Razr 40 Ultra an. Ein Falthandy und ich habe es auch noch in dieser wunderschönen Viva Magenta Farbe. Wenn euch dieses Viva Magenta ein bisschen zu kräftig ist, könnt ihr natürlich das Smartphone auch in blau oder schwarz haben, wenn ihr möchtet. Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Hingucker. Was hier bei Motorola Razr 40 Ultra, glaube ich, ein Herausstellungsmerkmal ist, ist auf jeden Fall das große Außendisplay. Ja, die Konkurrenz von Samsung hat jetzt auch ein großes Außendisplay. Motorola war ein bisschen eher auf dem Markt und Motorola hat hier tatsächlich auch noch die Kameras ins Display mit eingebettet. Ob das jetzt wirklich ein Vorteil ist bei der Bildschirmgröße, sei jetzt mal so dahingestellt. Ich finde es aber optisch tatsächlich ein bisschen ansprechender. Ganz wichtig ist natürlich, wie fühlt sich so ein Smartphone an? Also zum einen, ich finde designtechnisch ist es gelungen. Wie gesagt, Farbe könnt ihr auch eine andere wählen. Aber die Rückseite ist so ein bisschen matt und fühlt sich gummiert an, sieht aber aus wie Kunstleder. Und dann gibt es ein Scharnier, was wirklich dafür sorgt, dass beide Hälften der Smartphones komplett schließen und ihr hier keine Lücke habt. Und wie gesagt, dann gibt es ein Außendisplay, was schon relativ viel von diesem Raum einnimmt. Es gibt aber tatsächlich auch noch Ränder, also oben ist ein relativ deutlicher Rand sichtbar. Es ist jetzt nicht so, dass ihr hier nur noch Bildschirm auf diesem kleinen Außenbereich hättet. Dieses 6,3 Zoll AMOLED Außendisplay mit 144 Hz Bildwiederholungsrate müssen wir uns ein bisschen genauer anschauen, denn es kann viel mehr als nur die Zeit anzeigen. Es gibt hier ein paar Homescreens, die man auch noch konfigurieren kann. Man kann sie ein- und ausschalten und dann kann man sich hier verschiedene Sachen anzeigen lassen. Es ist jetzt nicht komplett frei belegbar, was man hier macht, aber man hat schon viele Einstellungsmöglichkeiten. Außerdem kann man hier auch einstellen, dass man Apps direkt von diesem Außenbildschirm aufrufen kann und man kann da auch Apps freischalten, die standardmäßig jetzt für den Außenbildschirm nicht gemacht sind. Das ist dann nicht immer ganz optimal, aber wer möchte, kann hier grundsätzlich mit diesem Außendisplay erstmal alle Apps benutzen. Das finde ich ist schon mal ein großer, großer Pluspunkt. Außerdem hat Motorola sich die Zeit genommen und hat auch noch Spiele kreiert, die speziell auf diesen Außenbildschirm angepasst sind, sodass zum Beispiel Kameras mit inkludiert werden, auch wenn sie keinen echten Zweck haben in dem Moment. Aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Und natürlich ist das Außendisplay auch toll, wenn ihr dann Fotos mit den in dem Sinne rückseitigen Kameras macht, denn dann könnt ihr das Ganze als Vorschau nehmen oder ihr könnt das auch als Animation nehmen für euer Gegenüber, um zu lächeln. Das finde ich zum Beispiel ein sehr nettes, kleines Detail. So etwas kann man halt mit einem Außendisplay machen, was man mit einem normalen Smartphone nicht machen kann. Ich würde jetzt sagen, dass das Außendisplay ein bisschen vergleichbar ist mit einer Smartwatch von der Funktionalität her. Ihr könnt ja auch unterschiedliche Watchfaces, wenn ihr möchtet, hier einstellen und ihr habt halt gewisse Homescreens, die bestimmte Funktionalitäten erfüllen. Also daher kann man durchaus ein bisschen Last vom Hauptbildschirm hier wegnehmen und somit dann hoffentlich auch ein bisschen Akku sparen. Ich habe in meiner Erfahrung aber festgestellt, dass ich relativ häufig tatsächlich das innere Display nutze. Natürlich nimmt das Außendisplay ein bisschen Arbeit vom Innendisplay ab, aber die meisten Sachen mache ich tatsächlich auf dem Innendisplay. Das ist ein 6,9 Zoll großes LTPO-AMOLED-Display mit 165 Hertz, also einer noch besseren Bildwiederholungsrate. Also da hat sich Motorola hier, glaube ich, wirklich übertroffen mit 144 Außen und 165 Hertz Innen. Also das ist klasse, deswegen läuft alles super geschmeidig auf beiden Displays. Beide werden auch richtig schön hell. Das innere Display mit 1400 Nits ist super hell, das reicht völlig aus. Und 1100 Nits fürs Außendisplay reichen auch aus. Man bezahlt hier 1200 Euro für 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher. Ist halt schon ein Happen, aber dafür hat man ein Fall-Smartphone. Und es liegt damit auch gleich auf mit dem Samsung. Allerdings bekommt man bei dem Motorola ein bisschen mehr noch im Lieferumfang. Man bekommt ein Netzteil, das hat 30 Watt. Man bekommt auch ein bisschen Hülle mit dazu, sodass man das Smartphone ein kleines bisschen schützen kann. Die ist jetzt hier klar und durchsichtig. Das heißt, ihr habt dann immer noch die Farbe erhalten von eurem Smartphone. Außerdem seht ihr auch, dass bei der Hülle die Akzente trotzdem in der Smartphone-Farbe gehalten sind. Und das hat Motorola hier auch insgesamt wirklich toll umgesetzt. Deswegen habe ich hier auch nicht allzu viel verstellt. Weil das ganze Theme, was hier eingestellt ist, ist auf die Außenfarbe des Smartphones angepasst. Das finde ich ein tolles kleines Detail. Wie gesagt, ob jetzt das Viva Magenta einem jetzt so gut gefällt, sei dahingestellt. Aber dass das halt von Hause aus schon mal so eingestellt ist, ist klasse, dass Motorola das gemacht hat. Ansonsten ist die Software hier auch klasse. Wir haben wieder die Motorola-Anpassung, ansonsten sehr stockähnliches Android. Wir sind auf Android 13, Update-Politik. Ich weiß, es ist bei Motorola immer nicht so richtig teuer. Bei den Flaggschiffen ist es, finde ich, in Ordnung. Trotz alledem habe ich hier jetzt erstmal nichts zu meckern. Aktuell ist es top, was man hier bekommt. Softwaretechnisch bin ich super zufrieden. Dann können wir jetzt auch mal über die Leistung sprechen. Das ist ja bei so einem Fall-Smartphone nicht uninteressant, weil ja da oftmals ältere Prozessoren verwendet werden. So auch hier. Hier ist der Snapdragon 8 Plus Gen 1 drin. Das ist jetzt kein schlechter oder alter Prozessor, aber es ist halt nicht die neueste Generation. Trotzdem performt er hervorragend. Wie gesagt, wir haben 8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB internen Speicher. Und damit hatte ich performance-technisch jetzt keine Probleme. Auch die Performance, wenn man eine App auf dem Außendisplay gestartet hat und dann aufklappt, erscheint die perfekt an der richtigen Stelle auch auf dem Innendisplay. Also das funktioniert alles wirklich gut. Trotz alledem ist es halt nicht der absolut neueste Prozessor. Und trotzdem zahlt man über 1000 Euro. Dass hier im Lieferumfang ein 30 Watt Netzteil enthalten ist, habe ich eben auch schon erwähnt. Ihr könnt also das Smartphone kabelgebunden mit 30 Watt aufladen. Kabellos mit 5 Watt ist jetzt nicht unbedingt das Schnellste. Reicht aber in der meisten Situation aus, vor allem da der Akku nicht riesig ist. Mit 3800 mAh ist er größer als der Vorgänger, aber könnte immer gerne noch ein bisschen größer sein. Trotz alledem muss ich sagen, und vielleicht liegt es auch an dem kleinen Außendisplay, dass ich akkutechnisch relativ gut durch einen Tag gekommen bin. Ich habe dann sogar einen Benchmark durchlaufen lassen mit dem Innendisplay. Also wirklich komplett nur das Innendisplay war die ganze Zeit an. Und das ist ein richtig solider Wert, den hier der PC Benchmark Battery Test raushaut. Und trotz alledem habe ich an der einen oder anderen Stelle schon festgestellt, dass der Akku, je nachdem was man damit macht, schon ein bisschen schneller runter geht. Zumindest aus meiner Erfahrung, wie mit einem normalen Smartphone. Aber wie gesagt, wenn ihr gerade das Außendisplay ausreichend nutzt, dann kommt ihr eigentlich problemlos durch den Tag. Der Fingerabdrucksensor ist übrigens im Powerbutton und funktioniert gut. Also da hatte ich gar keine Probleme, vor allem ist es immer gut zu erreichen, egal ob jetzt im zusammengeklappten Zustand komme ich da immer gut ran. Aber auch im ausgeklappten Zustand ist er zwar ein kleines bisschen höher, aber trotz dieser extrem langen Form des Displays funktioniert das gut und man kann das Smartphone zuverlässig entsperren. Man muss eventuell ein kleines bisschen nach oben greifen, je nachdem, ob man kleine oder große Hände hat. Aber ich glaube, das ist immer noch völlig in Ordnung, so wie das erreichbar ist. Wir haben hier übrigens auch Stereo-Lautsprecher verbaut, die ganz okay klingen, speziell wenn man sich anschaut, wie dünn das Smartphone ist und dass es ein Fall-Smartphone ist, da habe ich wirklich nichts zu meckern. Es sind jetzt keine brillanten Smartphone-Lautsprecher, aber es ist total in Ordnung, da auch mal in einem YouTube-Video drauf zu schauen. Also das passt total. Konnektivitätstechnisch seid ihr hier auch sehr gut aufgestellt. Ihr habt Dual 5G, das heißt einmal per SIM-Karte, einmal per eSIM. Wir haben Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, also alles an Bord, was man so braucht. Der USB-C-Anschluss ist allerdings ein 2.0-Port, also das heißt Datenübertragung per USB-C ist jetzt nicht unbedingt das schnellste. Und dann sollten wir mal über die Kameras sprechen und ich muss sagen, dieses Setup hat mich ein kleines bisschen verwirrt. Wir haben hier nämlich eine 12-Megapixel-Hauptkamera, eine 13-Megapixel-Ultrahautekamera auf der Rückseite, auf der Außenseite und eine 32-Megapixel-Selfie-Kamera beim Innendisplay. Also ich würde sagen, von den Zahlen her klingt das erstmal nicht so richtig logisch. Was man dann an Fotos rausbekommt, fangen wir mal mit den äußeren Kameras an, ist in Ordnung. Also die Ultralight-Winkel und die Hauptkamera unterscheiden sich jetzt gar nicht so extrem. Man hat jetzt auch keinen extrem weiten Blick mit der Ultralight-Winkel-Kamera. Es ist, man sieht schon mehr im Bild, gar keine Frage, aber es ist jetzt kein gigantischer Unterschied. Man hat keinen Zoom hier drin, also keinen optischen Zoom. Man kann natürlich digital hineinzoomen, aber das sieht schon sehr schnell sehr, sehr schlecht aus, weil man ja auch nur 12 Megapixel zur Verfügung hat. Also normale Fotos mit diesen Außenkameras sind okay, aber viel darf man hier ehrlich gesagt nicht erwarten. Bei der Innenkamera, ich finde die Selfies wirklich gut. Man kann hier auch 4K-Selfie-Videos aufnehmen. Und etwas, was definitiv nicht Standard ist, ist, dass wir hier 4K-Selfies haben. Und es ist doch schön zu sehen, dass das mittlerweile mehr Einzug hält. Und ich finde, die Videos sehen auch echt vernünftig aus. Und auch mit den Außenkameras können wir natürlich 4K-Videos aufnehmen. Die sehen auch in Ordnung aus. Es ist jetzt aber vom Kamerasetup her, wie gesagt, erstens von den Zahlen her, zweitens von dem, was man am Ende wirklich auch mit den Kameras machen kann, nicht so richtig überzeugend. Das ist für mich die größte Schwäche. Ja, das ist eigentlich bei allen Fall-Smartphones so, dass die Kameras nicht so richtig toll sind. Aber ich würde sagen, Motorola ist hier ein bisschen zu weit gegangen und hat die Kameras ein bisschen zu schlecht gemacht. Gerade die Außenkameras. Da sollte man doch den Vorteil nutzen, dass man das Smartphone auch mal so aufstellen kann und dann damit mit den Außenkameras Fotos machen kann. Und die haben hier keinen wirklich großen Vorteil. Ja, die Pixel sind ein bisschen größer als bei der Innenkamera, aber trotzdem, das kann nicht so richtig überzeugen, muss ich sagen. Das hat mich wirklich ein bisschen enttäuscht. Ansonsten ist es wirklich so, dass man diesen Faltmechanismus, auf den muss ich jetzt nochmal eingehen, benutzen kann. Und wenn man den wirklich benutzt, indem man das Handy häufiger aufstellt und dann auch das Innendisplay in diesem Format benutzt, ist das schon ganz nett. Aber man verliert halt schon recht viel Bildschirmfläche innen, wenn man jetzt zum Beispiel so ein YouTube-Video guckt. Ob man das wirklich machen wird, glaube ich, nur im Notfall. Dann würde ich eher das Smartphone so ganz leicht angewinkelt quer hinstellen. Dann kann man das immer noch gucken. Also daher, der Faltmechanismus, mir macht der extrem viel Spaß. Das ist total toll, wenn man dann einfach nur ein kleines, kompaktes Smartphone hat, was man in die Tasche stecken kann. Auch wenn es natürlich dicker ist als ein normales Smartphone, passt so ein kleines Format einfach besser in die Hosentasche. Trotz alledem, also von der Warte her fände ich es klasse. Es fühlt sich auch wirklich gut an, aber es gibt so, wenn man ganz genau hinhört, ein kleines Geräusch. Und ich glaube, das kommt gar nicht vom Scharnier, sondern vom Display, wenn es sich faltet. Ich versuche das euch mal zu zeigen. Also ich hoffe, dass man es im Mikrofon einigermaßen hören kann. Es ist jetzt nicht irgendwas, was einem Sorgen macht, dass das Smartphone gleich auseinanderfällt, aber man hört halt ein Faltgeräusch. Und das gibt einem halt nicht ganz das Vertrauen, dass das Smartphone alles problemlos mitmacht und dann vielleicht auch zwei oder drei Jahre lang durchhält. Wenn man so viel Geld dafür ausgibt, dann überlegt man sich das ja vielleicht zweimal. Was ich halt auch ein tolles Feature finde, ist, wenn ihr zum Beispiel einen Anruf bekommt, könnt ihr aufklappen, direkt rangehen, also dann wird direkt abgenommen und ihr könnt genauso auch einen Anruf beenden, wenn ihr möchtet, indem ihr einfach das Smartphone zuklappt. Das sind alles so kleine Details, die machen mir extrem viel Spaß, aber ich glaube, die verlieren auch mit der Zeit so ein bisschen an Spaßfaktor. Das heißt, ihr werdet am Anfang, so ähnlich wie man das beim Samsung mit einem Stift macht, man benutzt das am Anfang sehr, sehr viel und irgendwann wird man das halt ein bisschen weniger benutzen und dann entscheidet man sich nur noch zwischen Außendisplay, Innendisplay und die ganzen kleinen Gimmicks, die verlieren ein bisschen an Alltagstauglichkeit. Trotzdem glaube ich, dass dieses Format von Falthandy absolut seine Daseinsberechtigung hat. Ich mag das total. Wie gesagt, man hat einen schönen kleinen Formfaktor und das finde ich schon sehr, sehr praktisch. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr zu Falthandys im Allgemeinen steht, welches Format euch da am besten gefällt. Da gibt es ja welche, wo es Außendisplay faltet. Da hat Huawei ja das erste Smartphone so rausgebracht. Dann das normale Fold, was das größere Format ist. Dann gibt es die kleineren Formate von Google zum Beispiel oder halt das Flip von Samsung oder das Razer hier von Motorola. Was gefällt euch denn da am besten? Schreibt es mal in die Kommentare, weil ich muss sagen, ich bin mal ein bisschen hin und her gerissen. Mal finde ich das eine Format, besser mal das andere. Deswegen würde ich mich gerne mit euch austauschen. Auf dem Weg zu den Kommentaren seid ihr so lieb, lasst einen Daumen hoch oder Daumen runter da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr euch häufiger verklickt. Vielen Dank für dieses Verklicken und bis zum nächsten Mal.